Ohohohoho Zwei... Drei! Herzlich willkommen zu einem neuen Part ohne Zeitraffe von Minecraft-Univers. Ja, also... Als allererstes... Warte, 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 warte... Haben wir... Guck mal bei meinem Bildchen. Die Stadt ist kaputt. Guck mal bei meinem Bildschirm. Komm her. Geh mal kurz ins Schlaf. Warte, wir haben den Briefkasten, habe ich erst mal gesprottet. Ja, warte. Wir haben den Briefkasten gebaut, aber der ist kaputt. Den hat er kaputt gemacht. Zeig mir kurz mal den Briefkasten. Ja, ich hab halt da oben das Wasserdeck geschlossen. Und dann die Schienen weg und dann... Das ist kaputt. Und jetzt... Wir haben einen eingesperrt. Und zwar, wie heißt der Name? Bei David. Mann, das ist dein Esel. Und wir haben zehn tauschen Schafe und blau und rote und... Ja. Der zeigt kurz mein Haus. Der zeigt mein Fortschritt beim Haus. Das ist ein Fortschritt. Das ist ein Fortschritt. Das ist ein Fortschritt. Das ist ein Fortschritt. Ey, hier sind überall kein Fortschritt beim Haus. Also, als allererstes ist das normale hier. Ich hab halt ein Bildschirm gebaut. Das ist ein Fortschritt. Hier im Kisten. Da ist Mervorant. Dann hab ich hier oben... ...eine Fangen. Na ja, ich hab mir einen Kittel gedacht. Hier... ...eine Fangen. Und dann hab ich hier mein richtiges Haus. Und jetzt... ...und jetzt kommt dieser F.O.N. Hier, ich geh mal rein. Hier, ich geh mal rein. Also, ich geh mal raus. Ich geh jetzt mal rein. Ich überlege, ob ich den blauen Tüppich entfernen soll. Ich überlege, ob ich das nicht weiß, wenn ich den blauen Tüppich entfernen soll. Und ich überlege, ob ich den Tüppich entfernen soll. Ein bisschen locker. Hier ist mein Kistener. So. So. So, so. Es geht nur ein bisschen weiter. Zuerst muss ich nur noch gut sein. Jetzt kannst du mehr gegen dieses Beinbeinchen. Wie sollst du das packen? Weiß ich nicht. Ich baue da keine Umwelte. Ich kann nicht packen. Ich weiß gar nicht. Das ist mein Zimmer. Ich weiß nicht, ob ich den daueren Teppich gar nicht habe. Darunter lege ich. Hier oben ist es auch so mental verstopft. Hier werde ich den Baustein nicht erhalten. Der wird auf jeden Fall gern. Bis zu meinem Balkon. Ja, und der hat unten. Wir haben den Teppich gerade gesehen. Der ist mir auch verdorben praktisch geworden. Ich weiß nicht, ob das ist gerade schon vorhanden. Ich kann nicht mal eine Karte, ich hab's auch nicht. Ich bin durchgehend. Und was da passiert ist. Das ist einfach alles geschlagen. Der Teppich vermisst er immer noch. Das soll ein Weg darstellen. Der Teppich vermisst er immer noch. Der Teppich vermisst er immer noch. Der Teppich vermisst er immer noch. Im Ernst? Nein. Warum ist es denn nur ein Haus? Das ist auch kein Rüst. Und die ist überhaupt kein Rüst. Was? Hier ist nur ein Haus entstanden. Irgendwo irgendwie die Rüstung von Klingeln. Mach es nicht dafür. Du möchtest ja f***ing von Haus irgendwo. Mach es ja doch, mach es nicht. Ja. Ich finde es nicht. Scheiße. Ich habe das Eing. Ich habe das Eing. Ich habe das schon mal. Was ist das Eing? ARD Text im Auftrag von Funk Lärmacht, nimm mal das Handy weg, die Sicherheit geht von mir Richtig, ob ein Wissens-Tick hier daheim, dass wir sterben können, kann ich hier raus Okay, GG Muss es sein Na, ich kann auch nicht mehr Ich kann auch nicht mehr Das Rehokrad Ne, die haben sich da Äh, was war? Wir sind grad von Leo, wir sind von Leo zurück Da unten ist irgendwas Warum ist das hier nicht mit Jas? Ich baue lieber zu Warum ist hier alles so gebaut? Ich hab mal das hier, das ist gekappelt so Warte, ich baue mal hier Ich baue mal hier's ab Ich hab drei Teppich gefunden Leg die einfach mal her Guck mal Was? Guck doch Ja Was ist da? Das sind zwei Ich sehe von hier aus dem zwei Blütende Hunde Okay, ich baue, ey Ich baue mir kurz später Ja, wir dürfen glaub ich nicht mehr sterben Weil sie hat gesagt, dann werdet ihr jetzt sterben Ich hab da Was ist ein Sterben? So schlimm? Ja, ich baue ich Spawn Das weißt, ich exe auch Ich hab ne Idee, ich könnte irgendwie in mein Lager gehen Ich müsste es probieren Nein, hör auf Mir ist auch so ein Stein schwer Ich hab's mir grad gecraftet Kannst du mir auch weiter bleiben Hab ich doch Ich hab mir doch eins gebraucht 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 Ich bin hier Und es ist runtergefallen Das ist doch nicht meiner Ich muss aber irgendwie in mein Lager Da hast du ein Waffen in der Neuse Da sind wir zwei Jungen mehr Dann komm das Nein, warte, hör auf Es sind doch mehrere Junge, wenn wir sterben, dann ist es vorbei Geh ich nicht runter Ich hab ne Idee Wir müssen langsam Ich hab ne Idee Ich hab ne Spitzhacki mehr gecraftet Aber wir haben jetzt kein Holz mehr Du musst jetzt das Holz holen Nein Hör auf Nicht von dort Nein, wir machen Die können ja nicht hier hoch springen, oder? Ja, die können ja nicht hoch springen Wir müssen irgendwie hierher locken Ich komm mal hierher Scheiße Du Bau dich auf Nein Bau dich auf Bau dich auf Bau dich auf Äh, warte Ich kann das doch nicht Ja Na, Tom, komm Hu Du Du Da ist Alter Ich will, Leute Da geh mal hier rauf und ich von Woll ich von mein Kuhn reinkomm' Oh, Scheiße Ihr fass ist noch gefallen Ich fass mich schon wo Ich fass Ich fass mich schon wo Ich fass Ja Komm her Ja Da sind bestimmt viele Komm her Komm hoch 1, 2, 3, 4 Geh weg Nein, der ist friedlich Der ist friedlich Scheiße Kommt der zweite, oder? Warum bist du mit runtergekommen? Ich wollte einfach mit Lass mich durch Und die fühlen sich alle sauer auf mich Da ist einer Da ist einer Ich hab ganz sehr wans So lange ist du so lang Ich bin ganz happy Ich bin in deinem Kissenlager Oh, wie viele sind da? Die tun dir was an Die tun dir was an In deinem Lager sind da In deinem Lager Wo? Junge, wenn die unser Haus umziehen Komm, Junge, was ist in meinem Haus? Das wär's Es sind nur 2, ach, die töte ich kurz Nee, was du vorhin da ist Ich kenn mich nicht mehr Es ist gott Wehe wie süß Junge, ich hab so Pane Meme, ist einer Wo bist du? Ich fahr grad im Lager Komm da gar nicht mehr Nein, ich hab sie umgebracht Ich probiere zu dir nach Hause zu gehen Das sind wecken keine Hunde Nein, warte, hör auf Hör auf Komm, zurück Ich bin raus Komm zurück Komm zurück Draußen kann immer auch die Hexe sein Könnte, aber vielleicht auch nicht Ja, vielleicht sind wir Ja, vielleicht sind wir bei meinem Haus auch hin Viecher Vielleicht Ja, vielleicht waren wir sicher Ja, vielleicht waren wir sicher Ich Wenn wir vier bleiben Ist es auch nicht besser Mit den ganzen Hunden hier Die wir uns vielleicht irgendwann mal in der Nacht Wenn wir schlafen Wenn wir langsam alle Wenn wir schlafen Alle irgendwann Wenn wir dazu schlafen Langsam alle Ich schlafe erstmal in der Nacht drüber Und warum nicht dazu Hast du ein zweites Bett? Und ein Mandela Mandela? Ja Ich höre ich was Ich bin ja nicht Nein, der kommt Die wollen hochkommen Ich kann nicht mehr Die wollen hoch? Ja Da hinter dir Hinter dir Hinter dir Ich nehme es mir da nach oben Mir fühle ich mich nicht sicher Warum schlafst du da kurz, oder? Nein, ich fühle mich nicht sicher Aber man kann mich Ich bin so ein scheiß Volker Aber das ist das zu Hä? Das ist alles zu mir Hä? Lass mich rein Ist da irgendwo, oder? Boah Entschuldigung Komm rein Boah Komm rein Nein Pass auf Pass auf Komm rein Ganz schnell Ich hab Angst Vielleicht haben die irgendwelche Kräfte Die uns umbringen werden Man weiß ja nicht was für eine Hexe Und was so alles mit sich bringt Nein Es ist nicht mehr nachts Ich bin auch nicht mehr im Mieter Aber guck mal Ich sehe niemand auf dem Miet Es wäre eine Scheiße Es wäre ein Lass mich lieber Und die Fläche ernähren Und dann wieder mochen sie Unendlich essen Bei dir ist Essen Mein Karoffen Und dann hab ich auch im Keller nur noch Fleisch Aber dann Kohle hab ich auch nicht Das ist so krass Aber wenn hier Wölfe sind Und ich bin Leos Besitzer Was ist dann wohl Nur bei meinem Haus Eingeworgen Oh Scheiß Warte mal Warte mal Wir schlafen erstmal Okay? Okay Komm hoch Bau dich hoch mit Cuppelstorm Komm schlafen erstmal Egal ob es selbst ist Okay Gute Nacht Also wir haben es nicht nachtsüber geschlafen Überlebt Und wir haben jetzt gemacht nach Und wir gehen zu Tag Aber erstmal gucken Und wie sie lag Ich hab was die Ne Hexe Was? Scheiße Ich glaub wir sollen schnell zu dir Es ist die Hexe Nein das sind mehrere Das sind mehrere Das sind mehrere Alter Ne es ist doch bestimmt Es ist nicht die Hexe Nur Leo im Viertel Ich hab die sind nur die Freunde Von der Was? Ich baue mal hier Mal bisschen gucken wie es hier so ist Scheiße Nein 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 Ja Warte Wie ist der? Hast du ein Essen? Ja ja Ich hab auch noch keine Reaktion Ach du Scheiße Wie lange hab ich noch Geft Was? Oh man ich werde mein halbe Herz überleben Scheiße ich, muss auf Löcher aufpassen Fuck Was war das? Du bist so dumm Wieso bist du dir das Loch gefallen? Weil ich nicht gesneakt habe Freiderit 4 Freiderit er hat gelegt heute geht es steht in den wir müssen wo es nicht damals bis hin der Weg zu lehnen mit dem Land er sei sie nicht kennen ich gehe mal in der Haustürnung hat die ganze Zeit ich pass aber lieber auf sie muss haben werden die Postkasten Warte ein bisschen nur bis zu warten bei ihr meiner ich finde die Sneaky hochhalte das weiß ich was ist auch was er ist noch die Köpfe von vorhin bei mir haben die auch abgebaut kann ich sagen und dann fahren ja Karotten ich habe den Geräuschen mit mir ist in der Welt ich bin anscheinend die dürfen nicht einig die ansteigen es ist einfach hart das hat kurzweil so wird er ist ich werde so bisher noch das ist mein Bett noch da wo muss auch nicht zu tun ist auch noch als gar nicht wenigstens da oben das ist ein Haus ist ein bisschen bisher der richtige Haus bei mir ist auch zu sehen ja ich bin egal ich fühle mich nicht sicher wenn wir auch hier ganz und nach drüber schlafen dann kommt ja auch wenn es an die Rand ein als ich ich will es am besten gehen es war um der Fall wieder eine Hexe die Spontagnen wir haben sie sollte es uns verpissen und sie nicht nicht mehr ich bin mir das an die Kälte der Schilder aber ich habe noch gar nicht dann in die Welt wird kommen liegt nicht behaupten weil ich verpiss mich jetzt sind man weiß es mir gar nicht wie mitkommst oder nicht ich habe auch paar Minuten und nichts mehr ich auch nicht diese nacht ist eine traurige nacht wir verlassen einfach unser haus schaffe schweiß ihre lakinen das ist ein lakinen wir haben uns immer so friedlich gesehen wir sollten unser bett mitnehmen unser haus wir werden bald den Weg mit den Geschwistern weil wenn wir wirklich müssen müssen aber weißt du was die Hexe der hat es ja irgendwie ist anders aus als die anderen normalen du hast es schon bemerkt ja es ist ein Weißer hinterher gehen wir in den Wald gehen wir in die Wüste ja gehen wir weiter du wütterst nicht wo bist du? jetzt halt hier das war's ich nehme Zuckerro mit warte mal auf mich, du brauchst Essen nein nein, ich nehme aber trotzdem Zuckerro mit wir haben jetzt einfach so lange, dass wir uns im Haus geschafft ja egal, wir werden hier in meinem Leben ab und zu mal kommen weiterbauen da wird jetzt bisschen schön aus, okay? wir haben ja einfach ganz weit weg okay wo? ich trage am Ende mein Gefühl oder bin ich psychisch hin? du bist gleich psychisch gestorben in der Birne und da weil Cobblestone ist der Bronco wir gleich ab 29 noch und du hast aber Cobblestone? ja durch die Sprengung und ich? Entschuldigung wo? Entschuldigung wir dürfen nicht einmal sterben ich weiß nicht was danach passiert ob wir re-sponken ob wir re-sponken ob wir re-sponken wie immer oder ja 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 ich habe Angst ich habe Angst ja es ist Stein ich habe kurz Stein ohne Tür damit damit ich nicht reinkomme in der Werkbank ich habe eine Werkbank Junge voll Dalka das wird zu mir bitte wie bei Hardcore äh 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 aber nur ein bisschen hässlicher ja ich brauche alles wo kommen sie eine Tür machen nein in der Werkbank in der Werkbank wo geh hin die du sogar gemacht hast ich habe eine Tür ok setz sie hin ach ich höre das jetzt nicht gerade ich habe nur Teppiche die werden uns wetten wenn du dich oh ja oh man wollen wir erstmal Steintools machen ob ich also meine Items mein Eisen mein Eisen mein Eisen wie der Versauberungstisch ach den der interessiert mich nicht wenn wir nicht meine Bibliothek egal die Stadt wird noch wir gehen ab und zu machen okay dann hoffen wir dass da keine Hebsen und keine Hebsen ist aber ich will jetzt erstmal erstmal müssen wir Eisen fahren und unser Haus wir schön machen nein das muss ich schon ja dann kannst du es machen ja aber bisschen schon warum suche ich schon noch stein also warte ich gebe der Steinspitze aber zuerst will ich sagen will ich eins sagen wir werden und zwar wir brauchen ein bis zum nächsten das ist bisher und jetzt kann ich das nicht machen tschüss tschüss also Leute bis zum nächsten Fahrt und tschüss und wir hoffen dass wir Leo wieder bekommen im glatt und 一点 im glatt hier und alle und die Untertitelung des ZDF, 2020